Musik Wir wollen die komplette Fassadenbeleuchtung auf LED umstellen. Philips hat da eine ganz clevere Lösung entwickelt. Zum einen ist LED das modernste, was es aktuell auf dem Markt gibt. Und zum zweiten gibt uns LED natürlich Möglichkeiten, die bisher mit einer konventionellen Beleuchtung nicht möglich waren. Musik 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 Wir sind sehr stolz darauf, den FC Bayern München eine neu illuminierte Heimatstätte zu geben, wo sie hoffentlich viele große Erfolge feiern werden. Wir haben gezeigt, dass wir mit dieser Illuminierung mehr können als Farbe, sondern auch Emotionen rüberbringen. Fußball ist Emotion und Emotion ist Licht. Das passt perfekt zusammen. Musik 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 Die Fassade ist einzigartig, aber jetzt ist sie mit Sicherheit Nummer eins in der Welt. Und es wird etwas besonderes für die Mannschaft und auch für die Fans werden. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020